Sebi Garcia, spanischer Topgolfer, Rekordhalter, derzeit jedoch außer Gefecht. Garcia muss sich von einer schweren Knieverletzung erholen. Für eine professionelle Behandlung ist er nach Deggendorf zu Physiotherapeut Arthur Frank gekommen. Weil ich ihn von der European Tour her kenne. Ich vertraue ihm und ich denke, er weiß, was zu tun ist. Das weiß Arthur Frank als offizieller Physio der European PGA Tour mit Sicherheit. Auch andere namhafte Profis wie Golflegende Bernhard Langer und Martin Keimer hat er schon behandelt. Was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man selber ein bisschen Golf spielt, dass man die komplexen Bewegungsabläufe kennt. Und man braucht natürlich, gerade wenn man mit so Jungs trainiert, die damit ihr Geld verdienen, eine dementsprechende Ausbildung, ein komplexes Wissen und eine wahnsinnig frohe Erfahrung. Denn was die Sportler nicht haben, Leistungssportler insgesamt nicht, das ist Zeit. Die können sich nicht sechs Wochen einfach dann frei nehmen, bloß weil sie am Meniskus operiert worden sind. Auch Sebi Garcia bleibt nicht viel Zeit, wenn er an den Omega Masters von 1. bis 4. September in der Schweiz teilnehmen möchte.